Feierlicher Spatenstich oder auch Knopfdruck am Montag neben dem Heizkraftwerk Lankow. Die Stadtwerke Schwerin läuten eine neue Ära ein, denn hier wird bald das erste tiefen Geothermie-Vorhaben Schwerins entstehen. Eine neue alte Ära, dann erste Versuche mit Erdwärme zu heizen, wurden in der DDR unternommen, beispielsweise Neubrandenburg. Heute soll das Vorhaben zum Meilenstein zur Erreichung der Klimaziele der Landeshauptstadt werden, denn der CO2-Ausstoß kann so um rund 6.700 Tonnen jährlich reduziert werden. Die letzten großen Investitionen waren eigentlich 2007 unsere Biogasanlage, das waren knapp 9 Millionen, 9,5 Millionen. Wir haben die letzten Jahre in mehreren Tranchen 4,5 Millionen in Solaranlagen investiert. Also das ist nicht etwas, was uns Angst macht, das ist durchaus normales Geschäft. Aber das hier ist natürlich insbesondere im Hinblick auf die bestehenden KWK-Anlagen natürlich schon ein Stück Zukunft. Wir werden hier die Anlagen mit dieser tiefen Geothermie-Anlage teilweise auch ersetzen. Das heißt also, wir haben wir dann doch für die nächsten 20 Jahre dann gesicherte Fernwärmeversorgung mit den Rahmenbedingungen, wie sie heute dann auch eine solche Anlage haben muss. Das Baugebiet wird nun erschlossen und schon bald wird dort der Bohrturm errichtet werden. Einen ausführlichen Bericht zum großen Bauvorhaben der Stadtwerke sehen Sie am Freitag hier bei TV Schwerin.